Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Academy und in diesem Video zeige ich dir die Erweiterung REL Canonical von Christian Barkowski. Diese Erweiterung fügt ein zusätzliches Head-Attack hinzu, in dem du den Canonical-Wert bestimmen kannst. Das heißt, wenn du mehrere Seiten hast mit gleichem Inhalt, dann kannst du eben Duplicate Content bei Google vermeiden, indem du sagst, welches die Original-Seite ist und welches quasi die Kopie. Auch hier gibt es einen Blogbeitrag noch dazu vom Entwickler selbst. Das heißt, hier kannst du auch noch mal alles durchlesen und ich möchte dir jetzt ganz kurz zeigen, wie du diese Erweiterung konfigurierst. Zunächst einmal ganz normal, du gehst in den Contao Manager, suchst nach der Erweiterung, klickst auf Hinzufügen und dann unter Pakete aktualisieren. Wenn die Erweiterung dann installiert ist, dann findest du im Backend unter der Seitenstruktur einen neuen Eintrag und zwar hier unterhalb der Metadaten gibt es dann den Eintrag Tag REL Canonical. Hier hast du jetzt mehrere Optionen. Zum einen Nicht-Setzen, das heißt, diese Funktion ist komplett deaktiviert. Dann kannst du eine interne Seite angeben, auf die quasi referenziert wird und als Original gesehen. Externe Seiten kann man ebenfalls als Original setzen und du kannst diese aktuelle Seite als Original setzen. Nehmen wir an, ich hätte jetzt diese zwei Seiten, also Textelemente und Textelemente Kopie. Nehmen wir an, das wären jetzt zwei Landingpages, die möchte ich an unterschiedliche Zielgruppen ausspielen. Ich möchte aber, dass Google definitiv die erste Seite als Original ansieht und so Duplicate Content vermeiden. Das heißt, ich würde jetzt bei der Originalseite dann das Ganze hier so bearbeiten, dass ich das REL Canonical Tag auf diese Seite setze. Anschließend speichere ich und ich würde bei der Kopie sagen, ich möchte die interne Seite als Original nutzen, das heißt interne Seite. In dem Fall wähle ich natürlich dann die Seite aus dem Seitenbaum aus, in dem Fall diese Textelemente. Und jetzt legt mir Contao einen Header Meta Tag an und sagt, was die Originalseite ist. Auch das möchte ich dir kurz zeigen. Dazu bin ich jetzt hier auf die Kopie Seite gegangen, in dem Frontend. Und wie du siehst, gibt es hier jetzt im Header einen neuen Eintrag und zwar REL Canonical und in dem Fall verweist das jetzt auf die Original Textelement Seite. Damit weiß die Suchmaschine, bevorzugt jetzt Google, wie es mit diesen zwei Seiten umzugehen hat und welches die Originalseite ist. Ich wünsche und viel Spaß beim Einsatz der Erweiterung REL Canonical.